Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live In der letzten Folge hatten wir hier was gebaut, davon seht ihr jetzt eine Timelapse Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier wollte ich jetzt runter bauen und dann terraformen wir hier schon mal ein bisschen Weil hier soll Ein weiterer Teil der Stadt Entstehen So Oder ich mach das anders Ich baue hier einen geraden Weg Lang Der dann hier Mündet So Das alles muss jetzt auf diesen Layer Hier gebracht werden Ja moin Leute Gott sei Dank hab ich eine gute Spitzhacke Das geht also relativ schnell So dann wird hier eine schöne Siedlung gebaut Wahrscheinlich dann auch mit einer Kirche und so Ein paar Bewohner hier hin So 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 hab jetzt ein bisschen wenig gerade geredet weil es ist halt einfach eine stumpfsinnige Arbeit aber guckt euch mal an wie schnell das hier geht ja also das finde ich echt unglaublich das Wasser lassen wir glaube ich sogar das sieht ganz gut aus so und hier was wir hier schon für eine Schneise reingeklatscht haben hier muss natürlich noch mehr gemacht werden so so und hier denke ich können wir das auch mal ein bisschen so machen dass wir in ein angenehmeres Layer kommen dass wir hier wieder ein bisschen hoch gehen weil wenn das hier dann ja alles weg ist ist das schon krank so 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 So. Und ich werde, glaube ich, von nun an auch jedes Haus in einer Timelapse bauen, einfach weil ich euch zeigen möchte, dass ich das Selbstbau entwerfe und so. Nur die Materialien werde ich halt mir auf anderem Wege besorgen. So. Hier gehen wir dann halt auch wieder ein bisschen hoch. Gut. Das wäre eh viel zu viel. Ich meine wofür auch. Wir müssen jetzt eh gleich wieder zurück, weil meine Schaufel langsam schlapp macht. Und allerdings würde ich sagen, in der nächsten Folge ist dann hier alles Terra geformt. Und dann machen wir uns direkt an, das erste Haus zu bauen. Und mein Spitzhack ist weg. Ja gut. Das war's dann mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.